Moin Boris, jetzt wollen wir nochmal extra für dich ein Video machen. Er hat gesagt, ich kriege das leider nicht wieder, ich habe auch damals keinen Screenshot gemacht, am nächsten Mal mache ich das sofort, damit nicht wieder irgendein Spass, die das rausnimmt. Und zwar hat er dann gesagt, finde ich jetzt richtig scheiße von dir, dass du das Video hochliest, deswegen habe ich dir auch ein Dislike gegeben, irgendwie, keine Ahnung, oder ob er jetzt noch geschrieben hat, schäm dich oder irgendwas, weiß ich auch nicht. So, habe ich geantwortet, ja Boris, so ist die Welt. In Deutschland ist halt alles ein bisschen anders, in Deutschland ist alles ein bisschen anders und in vielen Ländern dieser Welt ist das halt nicht so. Und das solltest du vielleicht auch mal registrieren oder irgendwie, ja, wie habe ich das, was habe ich denn genau gesagt? Ja, ich glaube, ich habe ihn noch geschrieben, er hat mal davor geschrieben, ja, ich glaube, ich komme mich mal besuchen und da habe ich das noch kommentiert von wegen, bleib lieber in Deutschland in deinem schönen Paradies, weil wenn du hier rumlaufen würdest, da würde es so nervlich total zusammenbrechen, wenn du irgendwelche verwahrlusten Tiere oder auch irgendwelche verwahrlusten Menschen sehen würdest, ob das jetzt 18-jährige Mädels sind, die sich in irgendeiner Ecke prostituieren müssen, weil sie und ihre Familie sonst nichts zu fressen haben, oder 10-jährige Kids, die vor McDonalds dich anbetteln, auf dem was du essen gehen kannst oder da den Parkplatzmanager so ein bisschen spielen und dir beim Ein- und Ausparken helfen, in der Hoffnung, dass du ihnen 10 Pesos nochmal gibst oder 5 Pesos oder so. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich es noch kommentiert habe, Boris, bleib, komm bloß nicht her, das würdest du gar nicht ertragen, wie das hier an manchen Ecken aussehen kann. Die Philippinen ist ein schönes Land und ich sage auch, das ist irgendwie das Paradies, also es kann hier einem auch wirklich gut gehen. Es gibt hier viele schöne Ecken und es gibt hier natürlich auch super Einkaufszentren, die besser noch ausgestattet sind als die in Deutschland. Aber es gibt auch viele Ecken und Kanten, wo es hier mal ganz anders aussieht. Da herrscht richtige Armut, da verdient dann der eigene Bauer, der seine ganze Familie ernährt, verdient dann gerade mal irgendwie vielleicht 7.000 Pesos, also 140 Euro im Monat, aber als Erntehelfer auf dem Reißfeld arbeitet oder weiß der Geier was. Das sind halt die Schattenseiten dieser Welt. Und das fand ich jetzt ganz geil, dass Boris hat dir das Kommentar geschrieben hat, irgendwie so, fand ich jetzt voll scheiße von dir, das Video da hochzuladen und so. Ich hab mir gefragt, was fand er daran jetzt scheiße? Dass ich die Realität eben jetzt vor Augen halte, dass das schöne Deutschland halt nicht überall so ist, sondern Deutschland nur so ein kleiner Punkt wie mein Fingernagel. Und mein Kopf ist jetzt die Welt. Und dieser Punkt hier, mein Fingernagel ist Deutschland. Und jetzt kannst du mal nachdenken, wie der Rest der Welt aussieht und ob es da genauso toll alles ist oder auch nicht. So und ja, irgendwie fand ich das jetzt, jetzt stehe ich hier nachts um 12 irgendwie gerade, oder weiß nicht, nochmal kurz hier und mach das Video jetzt, weil normalerweise hätte ich nur kurz den Screenshot von Boris seinem Kommentar da mit reingehauen und mein Kommentar nochmal, um halt den Rest des Videos zu erklären. Hat sich auf Anna ergeben, weiter im Video. Na kleiner süßer Hund, wie geht's dir denn, oder? Boah, du bist aber ein ganz hübscher Hund. Ja? Du bist ein ganz hübscher Hund. Du bist ein ganz, ganz süßer Hund. You say something now. Oh, Joe! Hey, Joe! You say something now. Ate guto, Marco! Yummy, yummy! Oh, Boris, ist das nicht ein süßer Hund? Hm? Ja? Kleiner süßer Hund? Cutie dog? Cutie dog. Cutie dog. Very, very cute. Yes. Look into the camp. Und du guckst nicht so dahinten, ey Bursch. Hier sind ganz viele Hunde. Ich weiß gar nicht, wem die alle gehören. Da hinten siehst du auch nochmal zwei. Ne, da siehst du gerade keinen. Da siehst du auch noch einen Hund. Say it again in English. Say it again in English. What did she say? What did she say? Is that good? I think so. Is that good? He didn't know? He didn't know that. He didn't know that. Yummy yummy. In diesem Sinne, reingehauen und wieder vorbeigeschauen. Und so bin ich auf die Philippine gekommen, auf der Reise durchs Land habe ich mir gedacht, wenn ich dann hier schon herfahre, dann gucke ich noch nach ganz vielen anderen Firmen. Ich war dann das erste Mal vor 3-4 Jahren hier und habe in diesem einen Monat, in dem ersten Monat, wo ich dann hier war, ich glaube 2000 Kilometer bereits oder was, ja 1500 Kilometer waren das bestimmt, und habe verschiedene andere Firmen besucht, die Bambus-Produkte herstellen, weil das auch mal so meine Idee war, dass es ja noch viele Sachen gibt, die es noch nicht gibt. Und zwar zum Beispiel Bambus-Möbel, denke ich auch an ganz einfache Sachen, wie ein Bambus-Doppelbett oder so ein Hochbett mit einem Schreibtisch dran und hier und da, kennt man alles von Ikea und so und findet man vereinzelt mal im Internet irgendwelche Bambus-Betten, aber die Auswahl ist da halt sehr, sehr gering. Ich habe dann mal angefangen mit so ein paar kleinen Mustern, da sieht man gerade zum Beispiel was, da habe ich ja auch noch so ein kleiner Geburtzeit oder was, hier Projekt Bamworks oder Bamworks kann man auch bei Facebook oder YouTube finden, da gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, die Hälfte habe ich noch nicht hochgeladen, weil ich da irgendwie noch, weiß ich nicht, warum ich das nicht mache, ist egal. Und deswegen hat es mich eigentlich auf die Philippinen geschlagen, um hier ein dickes Business zu machen, aber ich habe dann auch mir mal überlegt, so eigentlich ist das ziemlich scheiße, wie hier manche Verhältnisse sind, ob wir das von Schulbildung reden oder allgemein Jobs. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, man muss sich auch ein paar mehr Sachen noch ausdenken und deswegen werde ich auch irgendwann bald hier eine neue Restaurantkette öffnen. Manche von euch kennen ja vielleicht McDonalds, ich werde sowas ähnliches machen wie McDonalds, aber halt mit anderen Gerichten und dass das Ganze auch auf der Straße stattfindet, also ein Straßenverkauf, so wie manche vielleicht schon von euch kennen, Gaugenschmaus zum Beispiel gibt es ja in Deutschland, die verkaufen halbe Hinten und sowas so. Und so eine Kette mache ich halt irgendwann auch hier auf. Bei mir ist das alles ein bisschen blöd, finanziell bin ich im Moment nicht gut bedient, das hat gewisse Gründe und deswegen läuft jetzt alles schleppend voran, alles nur so ganz langsam Step by Step. Ja, und das wollte ich mal gerade erzählen, Boris, schönen Gruß, ne? Du kannst ja dein Ding da in Deutschland gerne machen und sonst was und so, aber letztendlich wird das auch keinem Menschen auf diesem Planeten irgendwie weiterhelfen und dann müssen halt so eine Typen wie ich da irgendwie mal ein bisschen irgendwas tätig werden und da muss da auch mal was Sinnvolles zu bewirken. Und ja, deswegen könnt ihr da gerne mal reingucken. Im Moment gibt es ja nur ein bisschen viel von meinem Privatleben so zu sehen. Ich habe jetzt auch schon in den letzten Monaten oder Wochen wieder ein paar Firmen besucht und so, wo ich schon mal war und so, und da wollte ich das immer nicht so filmen. Also ein paar Fotos kann man da auf Instagram sehen, weil es mal genau durchstöbert und mal so nachdenkt, was das eigentlich da auf den Bildern zeigt. Da sieht man manchmal so ganz viele Ratternöbel und so ein Quatsch oder irgendwelche Bambrus-Vogelhäuser und so. Und das sind halt die Firmen, mit denen ich in Kontakt getreten bin, wo ich dann teilweise auch nur ein, zwei Tage verbracht habe und dann zusammen in der Produktion mit den Jungs da was entwickelt habe, was man irgendwann bald in Zukunft dann sehen kann. Bis jetzt gibt es immer nur so Prototypen und irgendwann, dafür muss ich noch ein paar Dinge regeln, wird es halt auf einen Schlag, dann gehe ich zu den Jungs zurück und sage so, jetzt machen wir weiter und dann wird dann Masse produziert, dann wird dann eine kleine Stückzeige fertig, die kommt dann nach Deutschland und dann geht es halt richtig los. Aber das heißt, alles so schleppend. Ich habe auch noch einen Schlüsselbeinbruch gehabt letztes Jahr und dann war meine Frau ganz doll schwanger und jetzt kam erst mal das Kind und dann mussten wir auch noch ein bisschen was reparieren am Auto und hier und da und deswegen und am Haus und deswegen fehlt mir die Zeit und auch das Geld dazu, manche Dinge einfach so jetzt direkt präsentieren zu können irgendwie, aber das macht nichts. Das werdet ihr früher oder später doch alle schön sehen und in diesem Sinne dann einfach mal wieder reingeschauen oder auch nicht, spielst du lieber Computer den ganzen Tag und denkst an gar nichts anderes, außer dass es euch in Deutschland ja gut geht und dann ist das für mich auch in Ordnung, solange ihr ab und zu mal in den Laden geht und irgendwelche lustigen Sachen kauft, wie zum Beispiel ein Gewürzhalter aus Bambus und das Geld von diesem Gewürzhalter, den ich dann für ein paar Euro produziert habe, da schlage ich dann nochmal zweimal so viel drauf, dass du halt schön 15 Euro dafür bezahlen musst in Deutschland oder ein Zehner oder teilweise ein Zwanni kommt drauf an und dann setze ich für mich das meiste Geld davon, dann bezahle ich meinen Angestellten, meinen Strom, nimm mir noch einen Euro bei Art und die anderen 5 Euro, davon werde ich Kindergärten aufbauen, Kindertagesstätten werde ich irgendwann errichten oder Kinderheime eher gesagt, für Straßenkids und hast du nicht gesehen und dann wollen wir schauen, was du so machst, lieber Boris und was ich so mache und dann können wir weiter reden. In diesem Sinne, reingehauen und doppelt wieder oder wieder nicht vorbeigeschauen.